Buon suave muchachos und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr dabei seid bei Rainbow Six Siege Ranked. Wir begrüßen euch. Boah, panza, ich begrüße sie. Zusammen mit Mabossa. Hallöchen, was geht? Ich hab Bock auf Küchenvorbereitung. Hast du auch Bock drauf? Ich hab auch Bock auf Küchenvorbereitung, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass viele Leute dazu kommen. Los, 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 schnell, schnell, schnell. Ich weiß aber, ah, mein Ehre ist weg, Digga. Ich weiß gar nicht, wie zocken soll. Schreiben sogar noch, schreiben noch. Komm, komm. Tut ihr's? Los, meine Schafe. Nein! Deko, Kitchen wählen! Ja, mach ich. Ja. Nein! Umkämpf, Bummer. Nein, Bummer! Warum? Ich hab getan, was ich konnte. Ich hab abgestimmt. Ich hätte ja, äh, eher versucht, die Leute vom Zigarrenlounge zu überzeugen. Zigarrenlounge? Zigarrenlounge. Okay, Digga, ich verziehe mich direkt nach oben. Ich versuche mal was. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Was probierst du aus? Don't do it. Passst hier nur auf, ne, dass das Miura-Fenster nicht aufgeht. Ja, Digga, ich singe schon oben. Es ist immer so lustig, dass Marvin sich Pexte einfach anders ausdenkt. Geil, ne? Ja, aber es war nicht viel anders, es waren nur die Einzahl. Weißt du, er singt eigentlich von der Einzahl, und das ist von der Einzahl gewesen. Den Herrn habe ich sogar mal live auf dem Splash gesehen. 2012, glaube ich. Na, das ist nice. Ja, schon so lange her, fünf Jahre, what the fuck. Hey, hey. Hat irgendwer irgendwas gesehen? Nope. No. Zwei Camps sind schon da bei uns. Ich glaube, Skylights was? Ja. Würde ich auch sagen. Anscheinend vorm Fenster. Aber theoretisch kann ich hier ziemlich viel auf Skylight aufpassen. Ich bin unten. Ich bin unten. Leute, wir haben wieder ziemlich viele Roamer, ne? Ich glaube, ich gehe gleich mal wieder in den Raum rein. Magazinwechsel. Komm schon. Ich will gucken, ob das klappt hier. Wird ich schnell genug, um jemanden zu töten, der unter springt? Was? Blackbeard ist auf jeden Fall. Jetzt höre ich auch noch was vom Kuchen hier. Noch zwei Leute, what the fuck, ja. Wo? Draußen. Die Zigarren-Luncher in der Nebenraum. In einem kleinen Kleiderkrank da. Wo? Ich gehe, ich gehe, Treppe, Treppe. Ich passe auf. Wow! Er muss rushen. Da ist der's, der's. Lol. Lol, der ist außen rum gegangen. Ja, ich wollte da gerade meine Smokeneit hinschmeißen. Guck mal, komm ich um die Ecke. Das Wort habe ich gerade gegen die Wand nur geschmissen. Oh mein Gott. Hättest du mir was sagen können, dass es doch schon auf auf ist. Ich habe die ganzen Dings gesprayt. Kein Kill, kein Kill. Ich habe wieder nichts gesehen in die Runde. Ich habe ein Assist gemacht. Immerhin. Immerhin. So, Angriff. Nehme ich Hibana oder ich nehme Termite? Eigentlich habe ich Bock auf Termite. Ich habe Bock auf Ying. Nehme einfach mal Ying. Blind Nades. Jo, behalten wir. Nehmen wir. Oh, mit Rauchgranaten auch noch. Oh, Rauchgranaten. Oh nein. Oh, eiskalt Rauchgranaten, Alter. Aus dem Nichts werden jetzt die Dings geworfen. Die Blend Grenades. Der. Puh, Puh. Runde. Der. Sehr geil. Muchachos. Sind auch Bahn Museum. Hallo. Ich hätte mir aufgeregt, wie immer am Anfang der Runde sind. Und dann peu a peu Konzentration, bisschen mehr. Ja, da musst du auch da sein. Ohne Konzentration. Scheiße. Oh, der letzte ist Rube. Last one is Rube. Nein. Ähm, wo sind die? Sind auch Bahn Museum, ja? Sind auch Bahn Museum, ja. Yeah. Okay. Noch fünf Sekunden. LOL. Und wieder. SBK, Nico, der, ja, der war letztes Jahr, letzte, letzte, gestern. Ja, kennen wir auch noch rein, dann. Eiskalt. In zweifeligen Folge bei uns reingematcht worden. Aber ich glaube beide mal auch Gegner-Team. Ja. Ah, markiert, ah, markiert. Okay, wir checken jetzt hier oben ab. Soll ich dir einfach mal helfen oben, oder? Wie du magst. Wie du magst. Ich weiß noch nicht mal auf oben was los ist, deswegen weiß ich, ob ich Hilfe brauche. Oh! Da machen wir doch keine Ahnung. Wie ist das doch auf, Alter? Das wird doch gegen geschlagen. Voll gefährlich. So. Dann sag mal an. Ne, sieht nicht so aus wie hier oben oben los. Der Drop ist verstärkt. Oh, da hinten war was. Bar. Ja, Ela ist in der Bar. Komm mal mit oben rein. Ela ist immer noch hinten in Richtung Bar. Ela was Bar. Ich fahr kurz mit der Drohne, das wird mich jetzt so unsicher. Haben wir den Puls? Oder der Puls ist schon tot. Mehr Kameras verloren. 100 Po wollte der Puls von hier unten zu viel werfen. Ist die Ela tot? Ja, okay. Warte. Ich mach mir. Ich mach mir. Ja, Ela ist da. Alter. LOL. Einfach reingesprayt. Please. Lass ich noch mal sehen. Was war sogar C... Nein. Hinter mir war da einer. War sogar C4. Hä? War doch die Mira? LOL. Alter. Die hat so heftig da verteidigt. Die hat mich gekillt, ey. Das war ein bisschen zu, Yolo. Ich dachte nicht, dass... Hä? Aber ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Als ich runtergesprungen bin. Ich sehe die Ela und die Mira hat eine ganz andere Richtung geguckt. Sie hat gar nicht zu mir hingeguckt. Ich hab nicht an der C4 gedacht. What the fuck, man. Please. Also das war ein bisschen... Bisschen random jetzt muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen... Bisschen mad. Okay. Hauptsache ich sehe sie. Sie guckt komplett 90 Grad andere Richtung. Und schießt trotzdem auf mich. Da muss aber... Ubis doch noch was machen an der Animation. Die war geblendet von dir. Oder von was auch immer. Auf jeden Fall war sie geblendet. Das war auf jeden Fall ein bisschen zu Yolo von mir, dass sie einfach runterspringen wollen. Ich wollte einfach mal was ausprobieren. Und natürlich kriegt man direkt C4 in die Schnauze. Please. Okay. Und hier machen wir ein Stacheldraht hin. Ich will Küchenvorbereitung in so einer Bakery wirklich rausbitchen. Das habe ich noch nie vorher gemacht. Würde ich gerne mal ausprobieren. Du weißt aber... Warum nimmst du für sowas dann... Lesion, Alter. Anstatt mir den Lesion zu lassen, nimmst du das Lesion bitch raus, stirbst und hast zwei Fallen benutzt oder so. Jäger, du hast ja nichts gesagt. Wusstest ja auch nicht, dass du mit Lesion rausbitchen willst. Also es gibt ja wenige Operator, die besser sind, je länger sie leben, ne? Aber genau den muss er nehmen zum rausbitchen. Okay, dann lasse ich's. Dann lasse ich's. Praktisch und... Hä, du kannst doch was denn machen. Nur, äh... Nur, dass du weißt, dass es mit was anderem schlauer ist. Ich lass es. Warum? Jetzt werde ich zugeflamed vor dem Muchachos, dass ich hier den Spaß wegnehme, dass du stirbst. Ja, hier hin. Ich weiß hier eigentlich irgendwo so ein Lautsprecher, wenn ich wegschießen kann. Digga, wo kommt denn diese Scheißmusik überhaupt her? Ist das hier ein Lisseraum oder was? So, kurz chillen. Über mir? Oh, Fenster. Aber ich würde da so gerne rausspringen jetzt. Ja, die Fenster sind zu. Hm. Die Musik ist aus. Ne, ich sie nicht. Digga, wo kommt diese Scheißmusik her hier? Alle am Leben. Hallo, gib mir meinen Scheiß wieder. Sind auf jeden Fall Redstairs. Was ist das? Ja. Sehr schön. Hier ist der da drinne. Im Kleinkalerschock. Warte. Wo ist der letzte? Hast du was? Ich glaube Redstairs. Warte, ich fühl dich. Ach ne, du bist auch nur gesprungen. Ja, Redstairs. 15 Sekunden. Ich mache das. Na, was macht der jetzt von unten? 10 Sekunden durch. Nein, ich kann nicht gerade machen. Kupakupakupakupaa! Das war so knapp, Mann. Ja, sehr schön. Da haben wir gut Druck gemacht. Das war, glaube ich, 3 gegen 5 und das haben wir gut zu Ende gemacht. Ah, CC. Auch safe runtergespielt. Ich habe schon überlegt, ob ich rüber rushen soll, ob ich zur Ela gehen soll, ob ich die Ela vielleicht hier gehen soll oder sowas. Aber ich dachte mir, nein, ich weiß, wo der ist. Wir cappen jetzt einfach. Sexy! Okay, ich hätte immer noch Bock, nächste Runde mal auf Küchenvorbereitung. Aber das ist jetzt noch Geschichte. Ich auch. Nochmal gegen ausprobieren. Lass uns, nimm lieber Thatcher, falls die auf Küchenvorbereitung gehen. Ja. Machen wir. Weihnachtsmarkt. Ich hoffe, sie geht Küchenvorbereitung. Das wäre geil! Ich finde, Küchenvorbereitung anzugreifen, macht richtig Spaß. Ja, finde ich auch. Küchenvorbereitung? Digga. Bitte, 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 bitte. Digga, wo ist dieser Lautsprecher? Nein, sind oben. Oben. Was ist das? Oh ne, sind sie Zigarrenlounge? Ja, wenn sie oben sind, sind sie Zigarrenlounge. Oh Mann! So ein Lame-Room! Oh Mann! So ein Lame-Room! Wir waren da auch gerade, könnte ich mich beschweren. Okay. Papa! Okay, ich werde einfach meine Thatcher-Drohne ganz oben Skylight durchwerfen, damit es schon mal die Ehrenladung weg ist. Weiß ich nicht. Ey, unten im Fenster, Kaffee. Kaffee! Ey, ich hasse es, Mann! Da kann ich mir die ganze Ruhe nur zugucken. Fick, mein Arschloch. Okay, ab nach oben. Oh. Okay. Kudos. Don't pick, don't pick Ash, don't pick Ash. Da ist Ela. As I said. Okay, da wollte ich eigentlich nur das hinhauen. She moves, Blackbeard. She's coming back. She's coming back. Nice job. Ist die Ashes, die einfach den Blackbeard machen lassen, ne? Mira is in the fridge, but the doors are closed. So I think you can come in. On the white stairs was Rook. But I can't see him from here. Hier ist allesfrieden, du kannst in the white's mal gucken. Da, da drüben war irgendwo. Oh, ich hör ihn irgendwo. Magst du da? Mal aufpassen, ich würde sonst reingehen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der ist hinter der Kamera. Komm mal nach hinten, komm mal hinter dich. Lol. Digga, guck mal meine Ohren an, Alter. Da, da in der Ecke. Digga, war das hier? Lol. 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 Hier ist er. Blucht der Dock, blucht der Dock. Mach hier ein bisschen Stress. Oh, schnell. Ja, die Docki besteht da schon, aimed auf ihn. Ja, he's on your right. A little bit more right. Nice. Ah. Taxi. Gut gemacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alter, ich muss aber sagen, Alter, so ein paar coole Calls habe ich schon wiedergegeben. Da hat er sich auf mich konzentriert. Nice one. Ja, hat er. Okay. Super nice. Ey, das war so dreckig, dass ich direkt am Anfang gestorben bin. Aber er hat's verdient. Ich bin froh darüber, dass ich gesehen habe, wie er gestorben ist. Weil das war der Typ, der ausgebildet hat. Okay, kannst du vielleicht zurückbitchen? Das ist jetzt die Frage. Nein. Oh, free. Ich will auf jeden Fall Kippen vorbereiten, bitte. Wobei, doch, könnte ich. Könnte ich. Wobei, wirklich in Vorbereitung, dann werden wir wahrscheinlich nicht spawnen. Okay, ich glaube, ich nehme Legion. Okay, auf jeden Fall schon mal hier eine scheiß Trap hin. Du verstärkst da, ich verstärkst da daneben. Und wo noch? Auf jeden Fall das Drop. Ich mache hier oben schon mal Kontakt mit auf. Ach nee, du hast Pumpgun. Nee, ich habe Pumpgun. Kannst du. Hier überlassen. Eine Kern habe ich down. Mach den Drop zu. Oh, wobei, wenn hier fast alles zu ist, brauchen wir noch eine Wand im Raum. Ich glaube nicht, obwohl. Doch, hier ist doch alles. Oh, da hinten ist noch nichts zu. One Reinforcement missing. Ah, zum Bekater Bandit noch, Alter. Das Ding offen ist, den kannst du vergessen. Ich kann leider nicht rausbitchen. Ich wollte rausbitchen, aber ich bin zu lang genutzt gewesen. So, einmal hier. Wir müssen hier auf jeden Fall zu machen. Eigentlich wollte ich hier rausbitchen. Ja, Mutterschus, da kann man super gut hin aimen. Von hier oben. Da hin, da kommen sie lang. Wird die schon weg holen. Aber Flussufer sporten auch selten Leute, deswegen ist es immer so. Da haben wir schon wieder eine Drone. Der schießt da hinten durch. Bakery sind die schon. Was heißt schon? Hab ich. Okay, Twitch. Twitch ist hier vor dem Hole. Das ist Bakery. Alter, ich will da eigentlich... Digga, ich glaube, ich muss gleich ein bisschen YOLO spielen. Ich will mal ein paar Kills haben. Ich kann Bakery, Bakery kann ich nicht. Die Fenster sind draußen offen. Da stehen immer Leute draußen. Deswegen kann man nicht lang. Digga! Nice von der ELA. Allerdings wollte ich hier gerade Kills holen gehen. Deswegen... LOL! Ich hab nichts wieder gemacht, Alter! Please! Ich hab schon wieder keinen Arsch gesehen! Oh, da wollte ich gerade hin. Digga, hat einfach 12 Kills, ey. What the fuck, Mann? Der hat aber ein gutes Aim, muss man sagen. Not bad. Not bad. Aber Muttschanschluss, das waren echt wenig Kills. Das waren wenig Kills. Danger, 12 Kills, Alter. Richtig wegrasiert. Alphapack bei 3 Prozent. Trotzdem eine schöne Runde, muss ich sagen. Alphapack bei 6 Prozent. Oh! Close, close. Nope. Kein Alphapack. Schade, Muttschanschluss. Wenn ich die Runde gefallen habe, geht einem Daumen nach oben. Nächstes Mal geht's wieder mehr Kills. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ich bin gerade sozusagen zweimal gestorben. Ich bin runtergefallen. Keiner irgendwo in der Mitte des Hauses. Ist ja so ein Durchgang, wo die Drohne kaputt gehen kann. Runtergefallen. Dann wurde ich wieder nach oben gesetzt. Bin sozusagen wieder revived. Und dann wieder nach unten gefallen. Und wieder gestorben. Also zweimal gerade gestorben. Das war äußerst traurig. Fernglasdrohne. Die Südseite. Aber ich glaube, das ist die falsche Seite, oder? Ich bin da oben. Ich muss hier rüber. Rüberlaufen. Da lief auch gerade jemand lang vor meiner Drohne. Oh, Marvin hängt sich da auch schon runter. Wenn du guckst, meine Drohne ist da irgendwo. Ist sie jetzt? Ja. Hallo? Wieso wäre ich nicht? Ja. Nach genau in die Richtung ist gerade einer weggelaufen vorhin. Vorhin ein paar Sekunden. Der Raum hier aber, wo ich gerade reingefahren bin, ist free. Die ganze schon mal vorrücken. Ganz gut eigentlich. Danach ist auch free. Hier ist free. Hier ist free. Nicht alles free. Saxi. Oh nein, ich bin verhalts im Stockwerk. Verhalts im Stockwerk. Ich bin gerade unterwegs, Alter. Ich springe dir deinen Kopf, Alter. Oh, das ist genau vor dir. Ey, diese Calls von Deko. Minisekundenbruchteile, bis du tot warst. Nämlich khaki. Oh, da scheiße. Okay. Aber jetzt war es wieder gelehnt. Ich dachte, ich wäre mehr in Sicherheit. Aber man hat übrigens mein Knie gesehen. Hier links. Jetzt sind noch drei Leute. Hier waren das auf jeden Fall was. Oh, nur 40 Sekunden. Schnell hier dronen. Einer vom eigenen Trupp. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Nur noch ich. Jetzt musst du woanders weggehen. Muss ich nix. 15 Sekunden übrig. Ja. Nee, rechts. Nur noch ein Gegner übrig. Feindliche Aktivität. Mit Sicherung ist erhält das Fortfahren, sobald die Bedrohung noch auf die Füße. Die Bedrohung noch auf die Füße. Sehr schön. Einer Trupp erfolgreich. Ka-blä! Da hat's ihn aber schön an den Eiern, ey. Richtig nice. Hätt er früher vorrücken müssen. Ka-blä!